»Ich glaube, wir sind da«, erhob die Hand. »Nicht«, rief Zucora hastig, aber es war zu spät. Ein gleißender Blitz entlud sich aus einer kleinen Rune über dem Tor, und der Gestank von verbranntem Fleisch drang uns in die Nase, noch während unsere Augen sich von dem blendenden Blitz zu erholen suchten. Ein leises Grollen kam von links. »Der Wolf«, rief Janos. Aber dann sprang das Biest auch schon vor. Es war deutlich größer als die Kreatur, die Simons Bruder gewesen war. Schon im ersten Ansturm riss er zwei meiner Männer zu Boden. Dann sprang es in die Dunkelheit davon. »Verdammt, sichern«, rief ich, wütend über mich selbst, dass ich nicht besser Acht gegeben hatte. Ich eilte zu den Verletzten. Einem hatte das Biest den Kopf abgerissen, der andere lag blutend am Boden. Es war Joachim. Im ersten Moment dachte ich, es wäre nicht schlimm. Dann sah ich, dass das Wesen ihm die Klaue von unten unterhalb der Kette zwischen den Beinen nach oben in den Magen gerammt hatte. Ich kniete mich neben ihn. Er sah zu mir hoch und hielt meine Hand mit einer überraschenden Stärke fest. Dann weiteten sich seine Augen. Er zuckte einmal, seufzte leise und starb. Ich erhob mich und sah die anderen an. Wir ziehen uns etwas zurück in eine besser zu sichernde Position, sagte ich und trat den Weg an. Eine Weile sprach niemand. Wir sahen uns nur um und versuchten in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Die Stelle, die ich aussuchte, war nur von zwei Seiten zugänglich. Besser als nichts. Hier bezogen wir Stellung. Ich dachte an Jan und Joachim und an den Dritten, dessen Name mir nicht einfiel. Ich würde mir die Namen merken müssen, verdammt. Dieses riesige Mistvieh, brach Janos dann das Schweigen, muss doch zu erwischen sein. Ja, aber wie? fragte Palus. Ich werde es mit etwas ködern, schlug Zokora vor. Ehe einer von uns reagieren konnte, verschmollt sie mit dem Schatten und war nicht mehr zu sehen. Sie ist mir manchmal unheimlich, sagte Simon. Manchmal? Janos grinste. Seine gute Laune war ihm offenbar nicht vergangen. Ich mag sie. Sie ist irgendwie süß. Alle sahen Varosch überrascht an. Sie ist was? fragte Janos entgeistert. Süß. Ich meine die Art, wie sie schaut, wenn sie etwas amüsiert. Er sah unsere Blicke und brach ab. Ich glaube nicht, dass sie weiß, was Amusement bedeutet, bemerkte einer der anderen trocken. Und wenn doch? Er schüttelte sich. Ist ja in Ordnung, beeilte sich Palus zu versichern. Jedem das Seine. Etwa eine halbe Stunde später hörten wir alle ein fürchterliches Geheul, gepaart mit einem Fauchen, das einem die Nackenhaare zu Berge stehen ließ. Der Laut erinnerte mich an einen Berglöwen, aber keiner, den ich je gesehen hatte, besaß dieses Lungenvolumen. Etwas später kam sie zurück, ihr schwarzer Umhang und Kragen über und über mit Blut bedeckt. Es ließ sich nicht ködern. Was habt ihr getan? Fragte einer der Leute vorsichtig. Zucora bedachte ihn mit einem kurzen Blick. Ich habe ihn aufgeschlitzt und vor seinen Augen seine Eingeweide ausgerollt. Dann habe ich... Sie erklärte es im Detail, bevor Leandra kreidebleich die Hand hob und sie bat, damit aufzuhören. Ist er tot? Wer? Sternheim? Er war der Wolf, müsst ihr wissen. Zucora legte den Kopf auf die Seite. Ob er tot ist? Vielleicht nicht, sagte sie mit offensichtlicher Genugtuung. Aber ich glaube nicht, dass die sechs Teile wieder zueinander finden. Im Hintergrund hörte ich wirken. Süß? Fragte Palus Varos. Der sah zu Zucora hinüber. Nun, vielleicht jetzt gerade nicht. Drei, sagte sie nur. Nun, da der Wehrwolf beseitigt war, wandten sich Zucora und Leandra gemeinsam der Rune über der Tür zu. Sie mussten über Jans verkohlte Leiche steigen, ehe jemand auf die Idee kam, sie wegzuräumen und respektvoll an die Seite zu legen. Eine Schutzruhne, sehr alt. Ich habe so etwas noch nie gesehen, erklärte mir Leandra. War es Balthasar oder ist sie schon länger hier? Die Runenmagie ist alt, die Rune selbst jedoch frisch, sagte sie. Solange man sie sieht, hat sie noch Kraft. Wir müssen sie entladen, dann verschwindet sie. Wie entlädt man eine Rune? Man löst sie aus, informierte mich Zucora. Das klappt immer. Sie sah meinen Blick und fast schien es mir, als ob sie lächelte. Hat nicht der bedauernswerte Jan sie schon ausgelöst? Fragte ich und deutete vage in Richtung des Leichnams. Ja, aber sie hat immer noch Kraft. Es ist eine Rune, die zweimal zündet, stellte Leandra fest. Eine heimtückische Falle. Man denkt, sie hätte sich bereits entladen und dann zisch. Gibt es keinen anderen Weg? Fragte jemand. Wir kennen keinen, antwortete Leandra. Ich bin nicht so gut, dass ich eine solche Rune auflösen könnte. Und Zucora ist keine Maestra, sondern eine Priesterin. Es ist die falsche Magieform für sie. Wartet her, sagte Janos und lief den Gang zurück, den wir gekommen waren. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis er wiederkam. Und in dieser Zeit fanden wir keinen Weg an der Rune vorbei. Einer der Männer erklärte sich sogar bereit, sich zu opfern. Aber im selben Augenblick stand Janos vor uns. Über seinen Schultern baumelte die Leiche des Mannes, der auf dem Pfad gestürzt war. Aus dem Weg, rief er. Er packte den Leichnam bei den Füßen, drehte sich im Kreis, einmal, zweimal, ließ los und warf so die Leiche gegen die Tür. Ein gleißend heller Blitz erstrahlte, gefolgt von Donnergrollen. Als der Blitz vor meinen Augen verblasste, war auch die Rune verschwunden. Rauch stieg von dem toten Banditen auf. »Gut«, sagte Zucora. Varos trat an die Tür heran und studierte sie. »Ich habe diese Schlösser schon zweimal gesehen.« Er fuhr mit der Hand über die Kante. »Ich bin mir sicher, der Mechanismus ist...« »Autsch!« Es klickte. »Seht ihr?« »Ich sagte euch doch, ich bekomme die Tür.« Er krümmte sich plötzlich zusammen, zuckte und fiel zu Boden. »Varosch!«, rief Leandra und eilte zu ihm. Als wir ihn erreichten, lag er auf dem Rücken. Schaum und Blut liefen aus seinem Mund. Seine Augen waren verdreht, die Augenlider flatterten, und es schien, als ob ihn eine unsichtbare Kraft in der Mitte anhob, um seinen Rücken wie einen Bogen zu formen. »Drückt ihn nach unten«, rief Zucora. »Er kann sich selbst etwas brechen. Schnell, beeilt euch!« Ich tat wie geheißen, aber es war, als wäre sein Körper aus Stahl. Mit vereinten Kräften waren Janos und ich beinahe nicht imstande, ihn wieder in die Waagerechte zu bringen. Unter meinen Fingern spürte ich, wie Knochen brachen und steinharte Sehnen rissen. Zucora kramte derweil in ihrem Beutel, entnahm ihm ein Glas mit einer lebenden Spinne darin, nahm diese heraus, biss die Spinne entzwei und drückte das grüne Blut über Varoschs offenen Mund aus. Varosch sackte in sich zusammen. »Was bei den Höllen?«, rief Leandra. »Es war Gift an der Tür«, gab Zucora Antwort, ohne von Varosch aufzusehen. Sie massierte seine Kehle. »Er löst den großen Tanz aus. Kaum jemand überlebt das. Er hat Glück, dass ich dabei bin.« »Was ist mit ihm?« »Lasst uns zu der Stellung zurückgehen«, sagte Zucora. »Dann erkläre ich es euch.« Wir nahmen ihn vorsichtig auf und zogen uns zu unserem Lager zurück. Dort untersuchte sie ihn. »Was könnt ihr uns sagen?«, fragte Leandra, als die Dunkelelfe mit ihrer Untersuchung fertig schien. »Es gibt einen Wahnsinn, der Ähnliches auslöst. Aber dies hier war Gift. Ein Gift, das ich gut kenne. Der Wahnsinn ist nicht heilbar, aber dieses Gift wird seine Wirkung verlieren.« Zucora sah uns alle an. Er wird es überleben. Aber er hat sich den Rücken gebrochen. Hier, hier und hier. Die gebrochenen Rippen und Sehnenrisse, all das heilt. Aber er wird ein Jahr nicht laufen können. Vielleicht länger. »Wird es so lange dauern, bis er wieder zusammenwächst?«, fragte einer der anderen. Zucora schüttelte den Kopf. »Er wird nicht von selbst zusammenwachsen. Aber es wird ein Jahr dauern, bis ich mit einer Heiltraube wiederkommen kann. Dann kann ich ihn behandeln.« »Ich werde eine Möglichkeit finden, euch zu bezahlen,«, sagte ich zu Zucora. Bevor ich reagieren konnte, war sie aufgesprungen, hatte ihre klauenbewährten Handschuhe an meinem Hals und zischte mich an. »Rigort hat dafür bezahlt. Beleidigt mich nicht.« Langsam gab ich zurück und versuchte, ihrem rotglühenden Blick standzuhalten. »Zucora«, sagte Leandra sanft, »beruhigt euch, bevor ihr euch gegenseitig umbringt.« Zucora holte tief Luft und löste ihre Hände vorsichtig von meinem Hals. Genauso vorsichtig nahm ich meinen linken Dolch von der Stelle hinter ihrem Ohr. »Als ich mich auf die Jagd vorbereitete, bat ich die Göttin um Mitstreiter,« sagte sie dann etwas leiser. »Ihre Heilung ist meine Pflicht.« »Ich wollte euch nicht beleidigen.« »Ich weiß«, sagte sie. Sie kniete sich wieder neben Varosch. »Wir müssen ihn warm halten.« Ich entfernte mich etwas und Leandra folgte mir. »Verflucht ist sie schnell«, sagte ich dann. »Das klingt, als würdet ihr sie bewundern,« sagte Janos, der sich zu uns gesellte. »Ja, aber sie könnte sich vielleicht entschuldigen.« »Ich glaube nicht, dass Dunkelelfen dieses Wort kennen,« meinte Leandra mit einem Lächeln. »Gift und Magie.« »Ich mag diesen Kerl immer weniger,« sagte Janos. »Tempel des Winters.« Ich ging vor und öffnete die Tür zum Tempel. Dem uralten Tempel der Zwerge, den die Barbaren für ihre unaussprechliche Magie genutzt hatten. Es geschah nichts. Kein Gift, kein Blitz, keine Falle. Ich gab den anderen ein Zeichen und bewegte mich langsam nach vorne, aufmerksam, vorsichtig und auf der Hut. Aber sie kam hinter mir aus der Wand. Dies war ein sehr seltenes Talent, die Fähigkeit, durch Stein zu gehen. Sie stieß mir ihren Dolch in den Rücken, verfehlte nur knapp die Wirbelsäule, sodass ich gerade noch Varoschs Schicksal entging. Und als ich mit Seelenreißer zustieß, traf ich nur Stein. »Was ist?« fragte Leandra hinter mir. Sie hatte den Angriff wohl gar nicht gesehen. So schnell war er vonstatten gegangen. »Bleib zurück!« Diesmal kam sie von oben. Ein gehässiges Grinsen auf ihrem Gesicht, als sie mir ihren Dolch in die Schulter stieß. Hinter mir ertönte ein leises Geräusch und sie fiel neben mir zu Boden. Das Grinsen erstarrt, nur die Augen bewegten sich noch. Überraschung und Unglauben standen darin. Zokora trat heran, warf einen Blick auf das Blut, das aus meiner Wunde floss, und steckte ein kleines Blasrohr weg. Sie beugte sich über die Frau und zog mit spitzen Fingern einen kleinen schwarzen Pfeil aus ihrem Hals, packte sie am Haar und zog sie aus dem Gang und dem Tempel heraus. »Kommt mit!« sagte sie mir. Ich folgte ihr so gut ich konnte. Vielleicht war es die Kälte, aber noch tat es nicht sehr weh. Doch das würde noch kommen. Die ganze Zeit, in der Zokora meine Wunden säuberte und einen Verband anlegte, lag die Tochter des Barons in der gleichen Haltung neben mir auf dem Boden, als wäre sie zu Eis erstarrt. Aber sie war nur gelähmt, quicklebendig, aber bewegungsunfähig. Keiner sagte etwas. Jeder konnte sich an Zokoras Drohung ihr gegenüber erinnern. Nachdem sie mich verbunden hatte, nahm sie die Frau und ging fort, tiefer in die Höhlen hinein. Ich erwartete, irgendwelche Schreie zu hören, aber Zokora kam nach wenigen Minuten wieder. Was schaut ihr so? fragte sie. Ihr habt gesagt, dass ihr sie foltern wolltet, sagte Leandra. Werde ich auch. Ich nehme sie mit zu mir in meine Stadt. Sie lächelte. Bei guter Pflege hält sie vielleicht ein paar Jahre. Die Novizinnen sind immer dankbar für Übungsobjekte. Sie können beides an ihr lernen. Die Kunst der Heilung und der Folter. Nicht nur ich schluckte, als sie das sagte. Warum habt ihr diese Neigung zur Folter? fragte ich sie dann leise. Mit allem anderen könnte ich mich anfreunden, aber dies... Habt ihr nicht auch Foltermeister in euren Reichen? fragte sie und wirkte wirklich erstaunt. Ja. Ich foltere nicht zum Spaß oder um meine Gelüste zu befriedigen. Sie sah mich an. Es ist schwierig zu erklären. Durch unsere Heilkunst ist es möglich, jemanden lange zu foltern und dann wieder zu heilen. Es muss kein Todesurteil sein, aber eine Strafe nachhaltig genug, um für Jahrhunderte wunderte denjenigen davon abzuhalten, es wiederzutun. Damit man jemanden wieder heilen kann, muss man genau wissen, was man beschädigen kann und was nicht. Vollständige Heilung? Ja, in den meisten Fällen. Nur die Herrscherin einer Stadt darf einen Elfen zum endgültigen Tod verurteilen. Wir haben keine Kerker, wenn die Folter vorbei ist und der Delinquent geheilt, hat er gebüßt und ist wieder frei. Das wusste ich nicht, sagte ich. Der Gedanke erfüllte mich immer noch mit Grauen, aber es stellte die Sache in ein anderes Licht. Deshalb sage ich es euch, antwortete Zukora. Sie zögerte. Anderen würde ich es nicht erklären. Danke. Vergesst es. Sie lächelte mit blutigen Zähnen. Zwei. Der Boden vibrierte leicht unter unseren Füßen. Gesteinsbrocken und Eis lösten sich aus der Decke über uns. Verdammt, rief ich und rannte los. Janos und Leandra dicht hinter mir. Am anderen Ende des Gangs zum Tempel war eine Tür. Ich trat sie auf und die letzte Tochter des Barons stand vor mir, blickte überrascht auf und starb. Es war Janos Beil, das an mir vorbeiflog und ihren Kopf spaltete. In der Mitte des Raums stand Balthasar und lachte. Er kommt zu spät. Ich hörte nicht auf ihn. Ich rannte bereits. Der Tempel ähnelte keinem, den ich je gesehen hatte. Er war, wie der Raum unter dem Turm, achteckig, aber es gab nur eine Tür. Er betrug vielleicht zwölf Mannslängen im Durchmesser und war vier hoch. Alles gerade Kanten und absolut schmucklos, bis auf die Tatsache, dass das Gestein so fein poliert war, dass es spiegelte. Von jeder der acht Wände stand eine Mannslänge in den Raum hinein ein rechteckiges Podest. Dort ruhte jeweils in einer Schale aus Mitril ein kopfgroßer, blutroter Edelstein. Die Schalen, die diese Steine enthielten, hatten einen Deckel, der zurückgeklappt werden konnte, sodass der Stein offen in der Schale lag oder vorgeklappt, bis der Stein vollständig in einer Kugel aus Mitril eingeschlossen war. In der Mitte des Raums befand sich Balthasar auf einem weiteren Podest. Es war ebenfalls achteckig und hatte acht Öffnungen. Durch eine solche Öffnung konnte ich einen weiteren großen Rubin erkennen, ebenfalls in einer solchen Schale. Über diesem Rubin war eine Öffnung in der Plattform darüber und auf dieser Plattform scheinbar wehrlos stand Balthasar. Er hielt den schwarzen Wolf, den ich zuletzt in meinem Traum gesehen hatte, hoch. Weißes Licht umspielte ihn, den Wolf und das Podest. Dies also war der wiedererweckte Kreuzungspunkt. Und Balthasar stand auf ihm, inmitten dieser magischen Energien, die ihn hätten verbrennen sollen. Ich hatte diese Kraftlinien, von denen Leandra gesprochen hatte, noch nie zuvor gesehen, aber hier waren sie deutlich erkennbar. Um jeden der Edelsteine in den Schalen waberte die Luft in den verschiedensten Farben. Von den Edelsteinen ging jeweils ein daumendicker Strahl aus, weiß, golden, blau, grün, gelb, schwarz, silbern und türkis. Alle Strahlen bis auf zwei gingen reihum im Kreis. Die beiden anderen Strahlen, golden und silbern, trafen sich in dem Podest unter Balthasar. Er hatte die Energien so manipuliert, dass nur zwei Kraftlinien sich kreuzten. Mehr benötigte er offensichtlich nicht, oder hielt nicht mehr aus. Ich rannte an der Wand entlang, und jedes Mal, wenn ich eines der Podeste passierte, verspürte ich ein seltsames kribbeln, aber ich achtete nicht darauf. Ich wollte ihn zwingen, sich mir zuzuwenden, oder wenn er das nicht tat, so in seinen Rücken gelangen. Simon erschien hinter mir in der Tür, legte an und drückte ab, noch während Balthasar lachte. Der Bolzen schoss auf Balthasar zu, blieb vor ihm in der Luft hängen, glühte auf und schoss zurück, um Simon genau zwischen die Augen zu treffen. Janos stieß einen Schrei aus und rannte los, direkt auf Balthasar zu, doch der machte eine nachlässige Geste, und Janos wurde wie von einem gigantischen Schlag getroffen. Ich sah, wie seine Brust eingedrückt wurde, als er nach oben gegen die Decke geschleudert wurde, dort einen Moment verharrte und fiel. Er schlug auf und regte sich nicht mehr. Balthasar drehte sich kurz zu mir um, machte eine stoßende Geste und bunte Fäden entsprangen dem Podest, wandten sich um mich, schnürten mich ein. Jede Berührung war wie Eis und Feuer zugleich. Wo diese Fäden mich berührten, sanken sie durch Mantel, Rüstung, Gewand und Fleisch, bis sie meine Knochen erreichten, an denen sie ihr schreckliches Werk verrichteten und mein Skelett in kleine Stücke zerbrachen. Ich versuchte mich mit aller Macht dagegen zu stemmen, aber es war sinnlos. Ich vermochte Seelenreißer kurz in den Händen zu halten, aber es konnte mir nicht helfen und als meine Fingerknochen brachen, fiel es zu Boden. Das Einzige, was es dazu zu sagen gab, war, dass die Qual nicht lange andauerte. Mit gebrochenen Beinen, Fingern und Armknochen fiel ich zu Boden. Dann ließen die bunten Fäden von mir ab. Ich lag so, dass ich zwischen den Podesten hindurch sehen konnte, wie Leandra und Sukora gemeinsam den Raum betraten. Meine Sicht war nicht besonders gut, denn eines meiner Augen war geborsten, als mein Wangenknochen zersplitterte, das andere voller Blut. Niemals hatte ich solche Schmerzen verspürt. Warum ich nicht ohnmächtig wurde, vermochte ich nicht zu sagen. Vielleicht war es auch der Sergeant und nicht ich, der seine Wache trotz allem nicht aufgab. Weiß und Schwarz Leandra und Sukora die perfekten Gegensätze, aber der gleiche Gesichtsausdruck. Sukora lief nach rechts, ein feuriger Strahl traf sie und prallte an einer Handfläche ab. Leandra wählte den linken Weg und wurde in ein Gewitter von Blitzen gehüllt. Ich erwartete, beide genauso schnell fielen wie Simon, Janos oder ich, aber es zeigte sich, dass ich sie unterschätzte, denn sie standen lange, Blitz und Balthasar lächelnd, offensichtlich fand er Gefallen an dem Wettstreit. Leandra brach zuerst zusammen, ihr wunderschönes Haar zu Asche verbrannt, das stolze Gesicht zur Hälfte verkohlt. Sie kniete, aber als sie den Kopf hob, schien das, was von ihrem Gesicht noch erkennbar war, kalt und ruhig. Urteil, sagte sie keuchend, lautet tot. Während ich ungläubig zusah, richtete sie sich auf und erhob Steinherz. Ein fahler Schein ging von der Klinge aus und für einen Moment dachte ich, sie könnte gegen Balthasar bestehen. Aber eine Geste von ihm riss ihr die Klinge aus der Hand und sie brach zusammen, wo sie kniete. Balthasar wandte seine Aufmerksamkeit nun zu Cora zu. Es dauerte unendlich lange oder nur einen Herz schlag, dann sah ich auch zu Cora in einem Feuerball aufflammen und auch sie fiel zu Boden. Ich konnte nicht sehen, wie schwer verletzt sie war. Sie krümmte sich zusammen, war noch am Leben, aber es stank nach verbranntem Fleisch. Mein verbliebenes Auge wollte nichts mehr sehen von den Qualen meiner Kameradinnen, meiner Liebsten. Mein Geist wollte nicht mehr dieses Ungeheuer auf dem Podest wissen. Der Tod war mir nahe und ein Leben ohne Freude, ohne Leandra, ohne meine neuen Gefährten, die tot und sterbend im Gang lagen. Was sollte mich am Leben halten? Der Tod war die lang ersehnte Erlösung. Warum also nicht loslassen? Die Macht des Wolfes Die Kette Der Sergeant stand neben mir. Sein Plattenpanzer war verbeult und verdreckt, als käme er gerade aus einer Schlacht. Er stand neben mir, so solide und fest, dass er realer erschien als die Wirklichkeit, in der Leandra schrie und schrie und schrie. Denn nun spielte Balthasar mit den Frauen. Die Kette? Welche Kette meinte er? Die Kette mit dem Wolf. Aber das war doch Balthasars Kette. Nein, er hat sie gestohlen und ihren Sinn verfremdet. Was sollte das ändern? Nimm die Kette! Meine Ich hörte Ich hörte zu Koras gequälte Laute. Was machte dieses Ungeheuer mit ihnen, dass selbst Zucora ihren Stolz vergaß? Und jetzt steh auf, sagte der Sergeant. Wie? Jeder Knochen war gebrochen. Ich konnte mich nicht bewegen. Wirklich? Der Sergeant grinste bösartig. Wer Wölfer heilen, verflucht schnell, habe ich mir sagen lassen. Der Sergeant stand da, die Hände über dem Brustpanzer verschränkt und lächelte grimmig. Willst du deine Freunde noch länger leiden lassen? Ich erhob mich. Die Sicht wirkte seltsam gräulich und irgendetwas stimmte nicht mit meinen Händen. Sie waren zu groß, zu massig, zu haarig. Aufgepasst, rief der Sergeant. Hör zu! Die Luft roch seltsam interessant. Ich schnüffelte. Der Bratengeruch war appetitlich. Der Sergeant trat vor mich und gab mir eine Ohrfeige. Obwohl ich die Hand nicht spürte, schnellte mein Kopf herum, als hätte ihn ein Hammer getroffen. Er hielt deinen gepanzerten Zeigefinger hoch. Ich weiß, dass du jetzt dumm wie Bohnenstroh bist, aber das schaffst du. Was wollte dieser Zweibeiner von mir? Ich hatte Hunger. Siehst du diese Schale hier auf dem Rubin? Sie ist gedreht, sodass die magische Energie nicht zum Podest fließt, sondern zu einem anderen Stein. Dreh die Schale, bis der Strahl zum Podest führt. Drehen? Was meinte er nur damit? Und was wollte er von mir? Ich wollte fressen. Dann klappt die Schale ganz auf, du götterverdammtes hirnloses Pelztier, schrie der Sergeant. Jetzt mach schon. Ich wusste nicht genau, was er meinte, aber es hatte mit diesem Ding vor mir zu tun. Ich fuhr mit der Pranke darüber. Das Oberteil der Schale flog in hohem Bogen davon und ein gleißendroter Strahl schoss von dem Rubin auf die Mitte des Raums zu, vermischte sich mit Silber und Gold in dem Rubin im Podest, auf dem der andere zwei Beiner stand. Der sah überrascht zu mir herüber, dann auf den roten Strahl, der nun von dem Rubin ebenfalls zum Podest ging, wo er auf die anderen beiden traf. Sein Mund öffnete sich zu einem lautlosen Schrei. Ich hatte noch Zeit zu denken, dass diese kleinen Zähne nicht dazu taugten, um durch anständiges Fell hindurch zu kommen. Da leuchtete er schon auf, verglühte und verschwand. Der Wolfsfokus fiel aus einer Hand und noch während er fiel, fiel auch ich. Also, hörte ich den Sergeant in zufriedenem Tonfall sagen. Als ich erwachte, war ich der einzige unverletzte Überlebende. Bis auf einen Eisengeschmack im Mund fühlte ich mich vollständig in Ordnung. Ich setzte den Deckel wieder vorsichtig auf den Rubin, nahm die Kette ab und ging zum Zentrum, wo neben dem Podest die Wolfsfigur lag. Ich nahm sie an mich und schritt zu meinen Kameraden. Tauwetter Drei Tage später hörte der Sturm auf. Leandra und ich saßen an unserem Tisch, Janos und Seglinde ebenfalls. Neben mir hatte es sich Zucora gemütlich gemacht, während Varosch vor ihr auf dem Boden kniete und ihre neuen Stiefel polierte. Alle drei Frauen hatten extrem kurzes Haar, Leandra und Zucora kaum mehr als einen Millimeter, Sie glinde vielleicht ein paar Millimeter mehr, sie hatte ihr Haar selbst abgeschnitten. Es war ruhig und friedlich im Gastraum. Der Sturm draußen störte uns nicht, es war warm und gemütlich hier, und wir hatten nichts besseres mehr zu tun. Außer Varosch hatten noch zwei andere das Abenteuer überlebt. Sie saßen an einem anderen Tisch und überlegten, was sie mit dem Gold machen sollten. Holger, der Händler, saß in einer Ecke und warf uns ab und zu ungläubige Blicke zu. Es war Lisbeth, die heute bediente. Wenn der Händler etwas wollte, ignorierte sie ihn grundsätzlich erst einmal. Holger hatte sich nur einmal beschwert. Varosch war dann aufgestanden und hatte ihm eine Ohrfeige gegeben. Kommentarlos, wenn man den Blick nicht zählte. In der saß die letzte Überlebende von Balthasars Truppe. Zucora kümmerte sich liebevoll um sie, fütterte sie und bettete sie zur Ruhe. Niemand von uns wollte sich dem verzweifelten Blick aus diesen Augen stellen. Einmal nur sprach ich Zucora an, ob es nicht möglich wäre, ihrer Gefangenen einen schnellen Tod zu schenken. Was würdet ihr sagen, wenn ich in die Gerichtsbarkeit eurer reicher Eingriffe, fragte sie mich. Danach sagte niemand mehr etwas. Aber ich vermied es, zu dieser stillen gelähmten Gestalt hinüber zu sehen. Ja, wir hatten das Gold gefunden. Es lag im Eissee unter dem Eimerbrunnen. Ich sah es beim Rückweg unter mir schimmern. Dort lag es jetzt auch noch. Das Wasser war noch zu kalt zum Tauchen. Wir hatten es nicht eilig. Der Sommer würde kommen. Der unglückliche Martin hatte mir durch seinen Tod bereits vorher verraten, wo der Soll zu finden war. Eberhard, der Wirt, setzte sich zu uns an den Tisch. Zwischenzeitlich hatte er den Gasthof auf den Kopf gestellt, aber nichts anderes gefunden als den zugemauerten Durchgang im Keller. Diesen hatte er mittlerweile freigelegt und festgestellt, dass sich unterhalb des Hofes ein großer Lagerraum befand, voll mit allen möglichen Materialien, von Waffen bis zur Zimmermannssäge. Genug Material, um ein Dorf zu errichten. Ich knabberte gerade an Leandras Ohr, als es an der Tür klopfte. Die letzten Tage hatten wir uns entspannt, genossen das Leben ohne jegliche Gefahr. Dennoch zuckten wir zusammen und mehrere Klingen sprangen aus ihren Scheiden, als dieses Klopfen ertönte. Sicher, der Sturm war am Abklingen, aber ausgerechnet jetzt ein neuer Gast? Vorsichtig ging Eberhard zur Tür, gefolgt von mir und Janos. Er öffnete sie. Im Türrahmen stand ein schlanker, hochgewachsener Mann. Er war vielleicht drei Dutzend und neun Jahre, hatte eisgraues kurzes Haar und ein Gesicht mit einem energischen Kinn und einer Nase, die einem Adler Ehre gemacht hätte. Seine Augen waren von blassem Grün und er hatte Lachfalten in den Augenwinkeln. Er kam mir irgendwie bekannt vor, aber woher vermochte ich beim besten Willen nicht zu sagen. Ich hoffe, ich störe nicht, sagte er. Er sprach sauber und sorgfältig wie ein Gelehrter, aber ich hatte den Akzent noch nie zuvor gehört. Gekleidet war er in eine lange dunkelblaue Robe, ähnlich der, die Leandra einmal besessen hatte, bevor sie verglüht war. Unter dieser Robe sah ich einen hellen Wintermantel und ein weißes Leinenhemd. Ein Dolch am Gürtel war seine einzige Waffe. Ein Ring glitzerte an seiner Hand. Er trug das Motiv eines Drachen, umsäumt von dreizehn kleinen Edelsteinen. Aber nein, Sir, sagte Eberhard, kommt herein. Danke, meinte der Fremde. Mein Name ist Kennard und ich bin froh, aus der Kälte hierher ins Warme zu können. Er rieb sich die Hände und sah sich um. Er nickte uns allen freundlich zu und trat an unseren Tisch. Darf ich mich zu euch Gesellen? Allein an einem Tisch ich war zu lange allein. Freundliche Gesellschaft schadet nie. Damit hatte er wohl recht. Kennard schien ein liebenswürdiger Mensch zu sein. Offensichtlich war er gebildet, auch wenn er nicht viel vom neuen Reich und seinen gegenwärtigen Befindlichkeiten wusste. Aber in der Geschichte kannte er sich aus, was nicht verwunderte, denn er war ein Geschichtsschreiber. Er konnte gut zuhören und so geschah es, dass wir ihm während der nächsten Tage, in denen der Schnee langsam schmolz, erzählten, was hier vorgefallen ward. Gut, dieser Balthasar konnte also die Macht von mehr als zwei Kraftlinien gleichzeitig nicht ertragen und wurde verbrannt, wie Leandra hier es beschrieben hat. Ihr hattet gewonnen, aber eins verstehe ich nicht, sagte er und zog an seiner Pfeife. Alle waren so übel zugerichtet. Wie kommt es, dass ihr nun hier sitzt und euch offensichtlich bester Gesundheit erfreut? Das verdanken wir dem Sergeant, erklärte ich ihm. Er brachte mich auf die Idee. Seht, ich schloss die Schale wieder, nahm die Kette von meinem Hals und legte sie Leandra um. Dann fasste ich den Wolfsfokus an. Die Kette funktionierte und Leandra verwandelte sich in einen Wehrwolf. Ich sah zu ihr hinüber und lachte. Sie versuchte mich zu beißen. Ich ließ die Figur los und sie verwandelte sich zurück und war geheilt. Nur ihr Haar nicht. Sie hatte wunderschönes Haar, müsst ihr wissen. Kennard nickte. Diese Prozedur habt ihr bei allen durchgeführt, die noch lebten? Ja, sagte ich. Es funktionierte hervorragend. Schlau und gefährlich. Hattet ihr nicht daran. Ich begab mich ja auch nicht auf das Podest. Hm, meinte er. Gut, dieser Sergeant muss ein außergewöhnlicher Mann gewesen sein. Was ist mit euch, Janos? Bisher erfuhr ich, dass ihr ein Spitzbube und Mörder wart. Und nun sitzt ihr hier in trauter Eintracht mit den anderen. Wir lachten alle. Das, sagte Leandra mit einem Lächeln, war die größte Überraschung. Wir hatten uns schon entschlossen, ihn ziehen zu lassen. Er hatte ja zu seinem Wort gestanden und war bereit gewesen, mit uns zu sterben. Und wir fühlten alle die alte Kameradschaft, fühlen sie noch immer. Die Soldaten, sie gaben uns mehr, als wir euch je erzählen könnten. Wir wurden Freunde, ein jeder von uns. Aber das war es nicht. Janos, erzähl du es ihm. Janos grinste breit. Er war glatt rasiert und sorgfältig gekleidet. Kaum mehr etwas erinnerte an jenen Banditenführer, der uns so in Furcht versetzt hatte. Nun, Janos Dunkelhand wurde vor etwa fünf Monaten von einer Einheit der königlichen Kavallerie in eine Falle gelockt. Er wurde auf der Stelle aufs Rad geflochten und dann gehängt. Mein Name tut nichts zur Sache. Dazu kenne ich euch noch nicht gut genug. Ihr könnt es bei Janos belassen. Aber ich war froh, dass ich Leandra hier die Münze zeigen konnte, die ich im Stiefelabsatz versteckt hielt. Sie weist mich als einen Agenten der Krone aus. Ich schlüpfte in die Haut von Janos Dunkelhand, als ich hörte, dass ein zwielichtiger Geselle ihn für einen Auftrag suchte. Kennards Augen wanderten zu Sieglinde hinüber. Die Falten um die Augen vertieften sich, als er lächelte. Und dies erklärt auch, warum sie euch nicht mehr mit Eiswehr aufspießen will. Sieglinde lehnte sich an Janos. Jetzt drohe ich damit, jede Frau aufzuspießen, die ihm zu nahe kommt. Kennard lehnte sich zurück und zog an seiner Pfeife. Das ist wirklich ein Abenteuer gewesen. Ihr sagt, ihr habt die Soldaten des ersten Horns begraben, trotz des Schnees? Nachdem wir wieder zurück waren und bei Kräften, sagte Leandra leise, wir konnten sie einfach nicht dort unten lassen. Es half auch uns, über unsere eigenen Verluste hinweg zu kommen. Die, die dort unten im Tempel starben, liegen mit ihnen dort, alle unter dem Banner des zweiten Bullen, unter dem Zeichen des ersten Horns. Das, sagte Kennard mit einem seltsamen Gesichtsausdruck, erscheint mir nur recht und billig. Ich bin sicher, bessere Gesellschaft gibt es nicht. Ja, sagte ich, eines noch. Was geschah mit dem Winter? Wir wissen es nicht, sagte Leandra. Ein Gutes hat Balthasar getan. Er vermochte es irgendwie, den Kreuzungspunkt zu richten. Ich hätte es nicht gekonnt. Nicht eine Kraftlinie hätte ich ausgehalten. Kennard nickte. Ich würde gerne das Grab sehen. Wäre das möglich? Wenn euch ein wenig Schnee nicht stört? Wohl kaum, meinte er lächelnd. Einer von uns ging jeden Morgen hier heraus und kehrte den Schnee weg. Hier lagen sie, die tapferen Männer und Frauen aus vergangener Zeit und unserer, der Kommandant sowie die alten und neuen Mitglieder des ersten Horns. Jedes Grab hatte seinen eigenen Kopfstein mit einem Namen. Aber allen zusammen gehörte der dreieckige Gedenkstein in der Mitte. Thorim, der einzige überlebende Bergarbeiter, hatte die Inschriften perfekt gemeißelt. Hier ruht das erste Horn, zweite Tenet, fünftes Bataillon zweiter Bulle. Sie waren das erste Horn des Bullen. Sie waren standhaft, sie standen auf dem Boden, von dem sie nicht wichen, sie gingen zu den Göttern mit Askir, dem Kaiser, ihrer Ehre und der Pflicht. Vor dem Monument steckten die Schwerter der Männer und Seraphines im Boden. Sie bildeten eine Linie vor einem weiteren Stein, dieser lag einen Schritt vor dem Monument selbst. Die Inschrift lautete einfach nur »Der 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 »Sergeant«. Kennard stand lange dort, sah sich schweigend die Gräber an und immer wieder blickte er auf die Inschrift des Monuments. »Wir wissen leider nicht, wie sein Name war«, sagte ich leise. »Aber wir werden den Appell nie vergessen«, fügte Leandra hinzu. »Ihr sagtet, ihr hättet das Soldbuch der Einheit von ihm erhalten«, sagte Kennard leise. »Darf ich es sehen?« »Es ist in einem Code geschrieben. Als der Sergeant es hielt, konnte ich es lesen, aber jetzt nicht mehr.« Ich griff in mein Wams und reichte es, Kennard. Er hielt es einen langen Moment in seiner Hand, bevor er es aufschlug. Er blätterte langsam darin, bis er auf einer Seite verharrte. »Er war erster Bullen, Sergeant«, sagte er leise. »Das ist so etwas wie ein Generalsergeant.« »Und sein Name?«, fragte Janos. »Jerbil Conai.« Kennard hielt das Buch noch einen Augenblick fest, klappte es dann zu, um es mir wieder zu reichen. »Wisst ihr, was das erste Horn ist?« Wir schüttelten den Kopf. »Ich hatte das Gefühl, dass ich es wissen sollte. Aber es war, wie der Sergeant mir versprochen hatte. Alles verblasste allmählich.« »Das erste Horn ist eine Truppe, die regulär nicht existiert. Sie wird geformt, wenn sie gebraucht wird. Sie besteht aus den zehn besten Soldaten einer Legion. Die zweite Legion war die beste Legion ihrer Zeit. Vielleicht die beste, die es je gab,« sagte Kennard leise. Er sah durch uns hindurch, als sähe er etwas in der Ferne. Als er sagte, sie wären die Besten, hat er noch untertrieben. »Jerbil Conai,« sagte Janos, »seltsamer Name, aber ich mag ihn.« »Conai bedeutet in der elfischen Sprache »der Aufrechte«, sagte zu Korra. »Ich werde einen meiner Söhne Rigurt nennen, Conai den anderen.« »Ein guter Name, für einen guten Mann,« sagte Janos leise. Kennard blickte immer noch auf das Monument und schien tief in Gedanken versunken. »Es sind keine Jungen,« sagte er abwesend. »Es werden Mädchen.« Zokora drehte sich langsam zu ihm um und musterte ihn mit einem nachdenklichen Blick. »Leandra und ich sahen uns an. Dann wandten wir uns ihm zu. Woher wisst ihr dies alles über das alte Reich?«, fragte Leandra. »Wer seid ihr wirklich?«, fragte ich. Es schien uns nicht zu hören, als er vor dem Monument Haltung annahm und das erste Horn grüßte, indem er mit der rechten Hand gegen seine linke Brust schlug. An seiner Hand blinkte der Ring in der Morgensonne und der Drache glänzte. Es war das persönliche Wappen des ewigen Herrschers. »Wappen des Domin USB-C-V-C-V-C-V-C-V-C-V-C-V-C-V-C. », fragte Leandra. »Wappen desümanischs.«, fragte Leandra.